Und jetzt wird es prominent bei uns. Hör auf nach Barcelona. Wir machen einen kleinen Städtetrip. Und besondere Guides haben wir auch. Nämlich die beiden hier, Clemens Schick und Anne Schäfer. Die beiden lieben diese Stadt. Auch wenn nicht immer viel Zeit bleibt, ganz entspannt durch die Gassen zu bummeln. Aber auch das schaffen sie. Eigentlich sind sie für Dreharbeiten dort. Unter anderem in einer Kirche. Und das alles schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer an.